So, Fräuchchen mal den Ritter verstecken. Sollen wir das machen? Ritter verstecken? Okay. Und? Und? Such! Such! Pippi, such! Mori, bring den Ritter, komm! Ja, Mori, wo ist Ritter? Jungs, wir wollen uns nicht streiten. Na bitte, geht doch. Jetzt zieht das Ding mit Lucy drauf durch den Raum. Moment. Mori, gib! Gib, komm! Mori, gib! Du, Dicke, hast du eben schon wieder Unfrieden gestiftet? Was ist los, Baby? Na, gib! Also, wir machen es auf. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.